Risotto mit Safran aus Deutschland. Ja, Safran aus Deutschland. Ich war auch ein bisschen überrascht, als ich darüber gestolpert bin. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich oft mit Safran koche. Ist ja auch sehr, sehr teuer, muss ich gestehen. Aber ich esse das schon gerne. Man hat das ja auch öfter mal im Restaurant und so weiter. Und Safran aus Deutschland. Ich habe auch recherchiert. Das ist exakt die gleiche Pflanze. Ich habe da sofort ein Gramm gekauft. Das reicht nämlich, um zehn Gerichte daraus zu machen. Guckt euch das an. Recherchiert nach Safran aus Deutschland. Und ich empfehle tatsächlich, das mal auszuprobieren. Vor allem, wenn ihr entweder an Safran interessiert seid oder das auch schon kennt und mal ausprobieren wollt. Man braucht nur ein paar Fäden, um ein ganzes Risotto zum Beispiel, so wie in diesem Beispiel, geschmacklich aufzuwerten. Die Farbe, herrlich. Also, guckt euch das an. Macht es nach und viel Spaß dabei und guten Appetit. So, wir steigen direkt ein beim Risotto machen. Ich werde unten nochmal verlinken, wie ich generell Risotto mache. Darum geht es jetzt gar nicht hier drum, sondern es geht um Safran. Das ist Safran aus Deutschland. Und der ist exakt der gleiche, den man sonst aus dem Ausland, oder der aus dem Ausland importiert wird. Sensationell. Teuer, aber man braucht nur ein paar Fäden, um daraus ein wunderbares Gericht zu machen bzw. dem Risotto einen Geschmack hinzuzugeben, der echt extraordinär ist. Also, die Fäden mörsern, fein raspen, also fein mörsern und dann mit einem Schluck heißem Wasser verbinden. Und hier seht ihr, wie ich das dann mache. Wenn das Risotto mehr oder weniger fertig ist oder ein paar Minuten davor, dann erst mache ich diese aufgelösten Safran Fäden in das Risotto rein. Und das gibt dann sofort dem ganzen Reis diese typische Farbe. Aber man schmeckt es auch. Man riecht es und man schmeckt es. Man muss das natürlich mögen. Und diese paar Milligramm, die ich da genutzt habe, weil das wiegt ja nichts, gemörsert und aufgelöst im Wasser, das reicht schon, um diese ganze Pfanne voller Reis mit dem Safrangeschmack zu durchdringen. Wunderbar. Es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und macht das mal. Und ich empfehle euch tatsächlich auch mal dieses deutsche Safran zu recherchieren. Das gibt es tatsächlich. Und dann hat das auch kurze Wege und man fördert die lokale Wirtschaft sozusagen. So, den Reis dann zu Ende bringen. Ich habe in einer weiteren Pfanne, das ist Rotbarsch gemacht mit Butter, ein bisschen Knoblauch und Rosmarin, um das zu aromatisieren. Das ist jetzt alles nur Beiwerk. Mir geht es darum, den Safran vorzustellen. Auch vorzustellen, wie man mit Safran eine Risotto-Pfanne verbessern kann, wie wenig es dafür braucht und wie man das macht. Und guckt euch die Farbe an. Das ist so toll. Also die Farbe ist schön. Ist ja typisch für den Safran. Aber es schmeckt auch toll. Man schmeckt das richtig. Diesen paar Fäden kann man diesen Effekt erzielen. Macht das unbedingt mal nach. Kümmert euch mal um deutschen Safran und dann viel Spaß beim Nachmachen und Nachkochen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Ich freue mich sehr über einen Kommentar, über Feedback oder über eine Frage. Ich werde das auf jeden Fall beantworten. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr oder wenn du meinen Channel abonnierst und die kommenden Videos auch gerne anschaust oder darin stöberst in den vorhandenen. Alles klar. Vielen Dank und bis demnächst.